willkommen zu einer neuen folge pokémon go und es hört einfach nicht auf news 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 sonst was keine ahnung in und her morgen startet das snapshot event wo ihr shiny farbige bekommen können es ist die drachen woche angekündigt wisst ihr ja nächste woche dienstag wir sagen einfach mal drachen woche xerneas und so weiter kommen alle drehen durch das go fest wurde angekündigt alle drehen durch unwahrscheinlich steht er sieht er jetzt fest beziehungsweise wurde in der datamein texte gefunden aus der forschung die es wieder gibt diese vier seiten forschung dies jedes mal zum community day gibt die ihr für 99 cent kaufen könnt plus alles weitere war bloß warum ich glaube naientik dreht vollkommen durch der nächste sie der ist ja schon am 15 am 15 das ist gar nicht mehr so lange es war also an der zeit vielleicht doch mal dass sie die pokémon anzukündigen alle haben gedacht oh mein gott das muss ja richtig krass werden aber ne wahrscheinlich nicht denn so wie es aussieht es ist war blue was sagt ihr dazu war blue sie day gibt es natürlich leute die sagen war blue kann es nicht sein das passt nicht ins muster ein sie day pokémon muss immer zwei weiterentwicklungen haben war blue hat nur eine weiterentwicklung also kann das kein sie der pokémon sein das ist aber keine feste regel naientik kann machen was es möchte kapador war auch sie der pokémon schon ja hat auch nur eine weiterentwicklung wenn man so nimmt das müssen nicht wie bei startern immer drei weitere sein oder mach holo und so weiter und hin und her also zwei weitere war blue ja war blue könnte theoretisch in die kategorie kapador einfügen denn man braucht auch 400 bomb bombs um das zu entwickeln wie sicher ist das jetzt ist das sicher sind es nur vermutungen ist es sonst was was ist eure meinung dazu es ist bisher im prinzip ein data mine aber dieser data mine ist sehr aussagekräftig und es wird sicherlich so kommen sonst würden sie nicht das jetzt hier alles da rein knallen mit bezug auf den sie day und die texte dann müsste ja was anderes da sein steht also noch mal da dass es nicht heißt dass das auch bald ins spiel kommt sonst was der meister ball ist seit 2016 im code aber gesagt muss alles nichts heißen aber speziell direkt auf diese data mine gemünzt war blue community day der nächste community day wurde noch nicht offiziell angekündigt doch durch die data mine kamen eindeutige textzeilen zum vorschein die die nächsten community day in offiziell ankündigen die war blue achso der war blue community day wird am samstag 15 mai stattfinden und die inzwischen gewohnt wie inzwischen gewohnt wird es eine zusätzliche spezialforschung zum event geben die ihr über ein ticket erwerben könnt die habe ich mir bisher immer geholt für 99 cent macht man da nichts verkehrt eigentlich gab es auch immer ein knurz mit bei was ich persönlich sehr cool fand in den letzten gab es gar kein knurz mehr ist mir aber gar nicht aufgefallen und bisher war es immer so dass man selbst aus der forschung am ende dann schon das entwickelte pokémon auch einmal fangen konnte das heißt vielleicht bei dieser forschung kriegt ihr schon ein völlig entwickeltes altaria rausgezogen vielleicht kriegt wablo nochmal eine spezialattacke irgendwas wablo ja trotzdem also altaria für die superliga ganz interessant die letzte gbl folge in der superliga die ich gemacht habe habe ich ein altaria benutzt ja cotton winged bird die dazugehörige spezialforschung lautet auf den titel cotton winged bird was so heißt wie baum woll flügel vogel umfasst vier teile passt also auch alles da zusammen dann steht auch hier die photobombs macht fünf man kann fünf zwar blue photobombs bekommen das ist alles cd relevant das feldforschungen zwar blue catch hier zwar blue hier zwar blue da sonst was ewolfs war blue vor allem was ewolf entwickle einfach 20 war blue genau beste die feldforschungen für fange 3 war blue wurden ebenfalls bereits entdeckt war blue wird ebenfalls als photobomb in den schnappschüssen auftauchen also ich glaube das ist eine sichere sache über den war blue cd kann man sicherlich geteilter meinung sein da war blue abgesehen von der go battle league keine große rolle spielt und das shiny inzwischen auch lange genug veröffentlicht ist dass es nicht mehr als selten gilt ich habe auch einige shiny war blues einige shiny altaria das shiny an sich würde mich also nicht interessieren 100 prozent ist auch vorhanden von war blue und altaria dahingehend hätte ich theoretisch jetzt gar kein interesse erstmal vielleicht kann man sich aber für die superliga noch ein besseres altaria holen was halt vielleicht näher an die 1500 rankommt als ich jetzt habe aber das ist so kompliziert ich wüsste gar nicht wie viel wp es haben muss dass man es entwickelt dass es dann dahin kommt und ja keine ahnung da gibt es ja diverse seiten vielleicht könnt ihr mir helfen wo ich sowas eigentlich nachgucken kann dass ich weiß welche pvp werte gut sind und welches level man braucht dass man nicht da drüber kommt beim entwickeln wir weisen jedoch an dieser stelle darauf hin dass altaria eine mega entwicklung besitzt und man dieses event durchaus dazu nutzen kann um ein war blue mit hohen iv zu fangen für die spätere mega entwicklung außerdem kann man auf diesem wege viele xl baumoms sammeln um ein altaria auf level 50 zu pushen das ist natürlich wieder eine andere sache ich habe es jetzt immer versucht wenn ein pokemon eine mega entwicklung hat das pokemon als hundertprozentiges zu entwickeln auf level 50 zu ziehen und als best buddy zu machen das heißt ich bräuchte ja trotzdem xl baumoms was da gut funktioniert hunderte habe ich kann dann hunderte altaria dann maxen und wenn die mega entwicklung reinkommt bam geht es richtig ab und es ist ja sowieso für den mai ein weiteres mega pokemon angekündigt was noch nicht direkt bestätigt ist und noch nicht eine info da ich habe gesagt ich sage einfach mal mega stolos weil das schon länger mal angekündigt war vielleicht ist es ja ganz überraschend kurz nach dem c day mega altaria würde ja vielleicht auch passen dass das hat viel mehr spielraum neue möglichkeiten entdeckt sonst was also ich weiß nicht trotzdem wablu es klingt im ersten moment einfach doof aber ich glaube viele leute haben noch keinen shiny wablu und ich glaube viele leute brauchen auch die bonbons um eben ein altaria zu entwickeln das würde aber auch heißen nach dem c day hat einfach jeder altaria und jeder nutzt das in der gwl aber gut dann konzentriert man sich eben auf mega entwicklung und level 50 und bonbons und entwickeln und pushen und machen und tun also wäre doch für jeden was dabei was ist eure meinung zum wablu community day top oder flop habt ihr bock schreibt es mal rein und dann ist noch was interessantes nämlich das special weekend in japan habe ich letztens schon was darüber gelesen ich habe julchen wieder beauftragt wir haben ja das special weekend in mexiko gespielt damals wir haben das special weekend in brasilien gespielt haben das gestreamt und live übertragen und so zeug wir machen ja immer gerne solche scherze jetzt gibt es wieder ein special weekend in japan für das special weekend in japan welches von der japanischen restaurantkette yoshinoya gesponsert ist wird es eine eigene medaille im spiel geben muss ich haben wie bei bisherigen events dieser art auch so dann stehen hier ein paar sachen noch wissen wir nicht genau wie die medaillen aussehen ausgesehen von der bisherigen medaille gehen wir da raus das gleiche design bla 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 sieht dann halt so aus zack und dann steht halt oben irgendwas anderes dabei leider steht aber ansonsten gar nichts hier über dieses event also bei dem event soll es trotzdem das incognito y geben eben wegen der stadt ach wegen der restaurantkette yoshinoya und die neuen feen pokemon die aber auch normal in dem feen event feen drachen event was dann ab nächste woche dienstag erscheint vorkommen also bis jetzt sieht man nicht dass da was ist was man sonst nicht bekommt oder was so selten ist dass man sagt das muss man unbedingt haben incognito als buchstabe y habe ich auch schon wäre für mich auch nicht neu wir versuchen auf jeden fall irgendwie an so einen code zu kommen dass man sich registrieren kann für das special weekend in japan und würden das dann gerne als stream übertragen ansonsten jetzt erstmal was aktueller ist war blue community day schreibt eure meinung dazu mal rein ich denke mal zu 99 prozent das ist es das wird sein wenn explizit diese ganzen texte und diese aufgaben und alles jetzt implementiert wurden und bam jetzt kurz davor und es wird sicherlich im laufe des tages vielleicht auch die nachricht offiziell kommen aber ich habe das jetzt gerade gesehen während ich raid am mittwoch am schneiden bin und habe gedacht boah es kann doch nicht sein während ich über den artikel rede finde ich die vorstellung aber trotzdem gar nicht mal so schlimm was wollen sie denn sonst reinpacken milzer ha das wäre ja lachhaft gut schreibt eure meinung mal über den community day rein habt ihr einen shiny braucht ihr einen shiny habt ihr einen hunderter nutzt ihr altaria in der gbl äh braucht ihr noch bonbons werdet ihr eins maxen freut ihr euch auf die mega entwicklung das war es von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses